Ihr könnt euch setzen. Ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen, und zwar jetzt im Jakobusbrief, das zweite Kapitel. Und am Mittwochabend waren wir ja dabei, über Dämonen und Befreiung zu lernen. Nun, niemals Angst vor dem Teufel haben. Amen? In Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 19, Da heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, und du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es. Und was? Also wir glauben, und wir tun wohl daran. Euch geht es gut dabei. Gott bringt Gutes. Er ist ein guter Gott. Der Teufel glaubt. Auch die Teufel, die Dämonen, glauben. Hier steht es im Plural. Also hier ist die Rede von allen Dämonen, von allen teuflischen Wesen. Und sie zittern. Also sie haben Angst. Aber wir haben keine Angst. Und warum haben wir keine Angst? Weil wir an Gott glauben. Und wir glauben auch an Gott in uns. Und größer ist der, der in uns ist, als der Teufel und die Teufel in der Welt. Also wenn Gott in dir ist, und du Angst vor dem Teufel hast, dann hast du zwei Dinge, die in dir momentan passieren. Deine Natur ist nicht Angst zu haben. Versteht ihr? Deine Natur ist es, keine Angst zu haben. Das ist nicht mehr deine Natur. Deine Natur ist es, zu glauben. Deine Natur ist Glaube. Gottes Glaube ist in dir. Amen. Und wenn deine Seele zusammenwirkt mit deiner Natur, hast du keine Angst vor irgendeinem teuflischen Wesen. Weil deine Natur ihm weit überlegen ist. Jesus hat ihn besiegt. Und Jesus ist nicht durch diese Welt umhergelaufen, in der er andauernd Angst hatte vor dem Teufel. Vergiss das niemals. Und das ist dein Wandel. Und so wie man verschiedene Dinge erlebt, in dieser Serie, über die wir ja gesprochen haben, erinnere dich daran, dass all diese Teufel, die auch manchmal in Leuten sind, und wo Gott möchte, dass du sie austreibst, dass diese Dämonen Angst vor dir haben. Jedes Mal, wenn Angst versucht, in dein Leben zu kommen, Gott sagt, er hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Also Angst ist ein Geist. Und Gott hat dir diesen Geist nicht gegeben. Und dieser Geist der Angst hat Angst vor Gott in dir. Also dieser Geist hat mehr Angst, als die Angst, mit der du zu tun hast. Und dieser Geist möchte nicht, dass du erkennst, wer du wirklich bist. Halleluja. 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 Vor vielen Jahren hat mich dieser Vers freigesetzt. Lerne es, Angst zu konfrontieren. Oftmals ist es so, dass Leute nicht das ausführen oder erfüllen, was Gott ihnen gesagt hat, was sie tun sollen, aus Angst. Wisst ihr, beim letzten Trip nach Afrika und ich wirklich mich so auseinandersetzen musste mit diesen Symptomen, nur ein kleines bisschen Angst hat versucht zu kommen. Und ich sagte, ha, ha. Und ich sagte, ha, ha. Ach so, na, diese Angst sagte, ha, ha, du kannst nicht nach Afrika. Denn das soll in deinem Körper passieren. Aber ich wusste, was das war. Und weil ich aber wusste, dass Gott es war, der mich gesandt hat, wusste ich auch, wie ich in dieser Situation stehen konnte und mit den Symptomen mich auseinandersetzen konnte, um meine Heilung zu empfangen. Versteht ihr? Es gibt Leute, die haben Angst davor, ins Auto zu steigen. Es gibt Leute, die haben Angst vor Zügen oder vor Flugzeugen. Alle möglichen Sorten von Angst. Alles Mögliche, was Angst in dir tut, ist, dich zu binden, in Gebundenheit zu bringen. Und deshalb, gib Angst keinerlei Raum. Gib keinen Raum für irgendeinen Geist der Angst. Zerstöre, überwinde die Angst. Denn Jesus hat die Angst für dich besiegt. Und er hat Gottes Art von Glauben in dich hineingesetzt. Dass du jede Art von Angst konfrontieren kannst. Und Angst wird dein Leben verlassen. Und der Grund dafür, dass ich das sage, ist der, dass wenn wir mit Leuten zu tun haben, die Befreiung brauchen, wenn diese Geister versuchen, sich zu manifestieren, dann versuchen diese Geister, dich in Angstgefühle reinzureißen. Sie versuchen, deine Aufmerksamkeit in den Bereich in den Bereich der Sinneserkenntnis zu ziehen. Weil sie wissen, wenn sie das schaffen, dich in diesen Bereich reinzubekommen, dann kannst du sie nicht mehr austreiben. Versteht ihr? Und deshalb sagte Jesus auch, diese Art kann nur ausfahren durch Fasten und Gebet. Und der Punkt beim Fasten in dieser Situation war der, wenn Leute fasten, dann sagen sie damit, ich habe volle Kontrolle über meine Sinne. Versteht ihr, es gibt verschiedene Arten von Fasten. Es ist nicht nur einfach nichts zu essen, zum Beispiel. Sondern es ist schlichtweg, dass du für eine bestimmte Zeit Dinge eben nicht tust, die dein Körper ganz gerne mag oder gewohnt ist oder sogar abhängig war, vielleicht irgendwas zu tun, wo du dann aber sagst, nein für eine bestimmte Zeit, so dass du deinem Körper sagst, wer unter Kontrolle ist oder wer die Kontrolle hat und nicht, dass dein Körper dir sagt, dass er die Kontrolle über dich hat. Versteht ihr? Der Herr hat mir zum Beispiel einmal gesagt, ich möchte, dass du Football fastest. Denn ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht gehabt, drei Spiele am Sonntag und auch noch Montagnachts mir was anzuschauen und dann auch noch meine Samstage. Ich konnte live zu den Spielen gehen und es ist für mich wie so zu einer Festung geworden oder so eine Gebundenheit, sodass ich eigentlich schon fast nicht mehr ohne diese Gewohnheit leben konnte. Und dann habe ich wirklich gefastet darüber und jetzt beherrscht das nicht mehr länger mein Leben. Ich mag es immer noch Spiele anzuschauen, ich schaue sie auch an. Aber damals war das ein echtes Fasten, um diese Gebundenheit wirklich zu zerbrechen. Und die Bibel spricht auch über Leute, die verheiratet sind. Und vielleicht beschließen zu einer bestimmten Zeit Ehemann und Ehefrau, dass sie keinen Sex mehr haben für eine bestimmte Zeit, um sich ganz spezifisch fürs Gebet Zeit zu nehmen. Und es heißt auch, dass beide einstimmig darüber das beschließen können für diesen Zweck. Und ein weiteres Beispiel von Fasten wäre auch wirklich tatsächlich nichts zu essen. Also, jedenfalls haben wir keine Angst. Was ich heute Abend tun möchte, ich möchte euch heute Abend verschiedene Namen von dämonischen Geistern vorstellen. stellen. Sodass ihr ein Verständnis erlangt darüber, dass es verschiedene Geister gibt. Manchmal, das sind Dinge, wo Leute denken, dass Dämonen dahinter stecken, ist nichts anderes als das ganz normale, gewöhnliche Fleisch. Und zwar völlig unkontrolliertes Fleisch. Versteht ihr? Nur zum Beispiel, nur weil du gesündigt hast, heißt es noch lange nicht, dass du einen Dämonen in dir hast. Aber, wenn dein Fleisch immer und immer und immer wieder über längere Zeit auf sündige Art und Weise unterhalten wird, dann kann dein Fleisch auch einen Dämonen wirklich annehmen. Wo es die Tür in die Säule für einen Dämonen wo das Fleisch die Tür der Seele geöffnet hat für eine bestimmte Art von dämonischen Geistern. Versteht ihr? Okay, lasst uns zunächst mal ins Matthäus-Evangelium reingehen und zwar Matthäus Kapitel 12 Vers 22 und manchmal ist Krankheit ein Ergebnis von dem Wirken eines dämonischen Geistes. Oder manchmal, wenn Leute ein Wunder brauchen, dann deshalb, weil ein dämonischer Geist vorher irgendwie zerstörerisch gewirkt hat. Das heißt jetzt wiederum aber auch nicht, dass jeder Kranke auch einen dämonischen Geist hat. Aber jede Krankheit kommt trotzdem irgendwie vom Teufel. Versteht ihr? Und ich sage das, um wirklich klarzumachen, dass bei jeder Art von Lehre auch immer die Gefahr von Extremen besteht. Manche Gnadenlehre, die momentan so unterwegs ist, driftet weit ab in ein Extrem. Vergesst das nicht. Es gibt keine einzige Lehre, die nicht irgendwie in ein Extrem abdriften könnte. Versteht ihr zum Beispiel, dass Gnade Heiligkeit hervorbringt? Wirkliche Gnade wird Menschen aus einem sündigen Lebensstil rausbringen und nicht hineinleiten. Halleluja! Und so könnte ich mit verschiedenen Themen weitermachen und noch andere Beispiele bringen. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich jetzt das sage, wenn wir jetzt über dieses Thema hier eben lernen. Weil zum Beispiel, schaut euch Folgendes an. In Matthäus Evangelium Kapitel 12 Vers 22 Da heißt es, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass jeder Blinde besessen ist. Versteht Aber es gibt die Fälle, wo aufgrund eines Dämons, wo ein Mensch wirklich besessen ist, dass ein Mensch blind ist. Manchmal gibt es diese Fälle, wo im Körper einfach irgendwas nicht in Ordnung ist, wo es ein Wunder braucht, dass das geheilt wird. Ich habe den Fall gelesen von einer Frau, die hatte ein Parasit im Auge und so musste ihr Auge tatsächlich entfernt werden. Und dann haben sie ein Glas Auge oder ein neues künstliches Auge eingesetzt. Versteht ihr? Der Grund für die Entfernung war ein Parasit. Parasiten sind Teil des Fluches. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese Frau einen Dämon hatte. Sie hatte einen Parasiten und sie haben das Auge rausnehmen müssen. Das Wunder wäre dann, wenn das künstliche Glas Auge rausfallen würde und anstelle ein neues gesundes Auge auf einmal da wäre. Und ich habe tatsächlich auch schon von solch einem Fall gehört, dass das wirklich so passiert ist. Halleluja! Das ist ein Wunder. Da heißt es also noch mal, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete, als auch sah. Und so sehen wir hier also, dass es Geister gibt, die blinde Geister genannt werden. Oder es gibt Geister, die stumme Geister genannt werden. Und in diesem Fall war diese Person blind und stumm zugleich aufgrund des Einflusses von einem Geist. Geht mal ins Markus Evangelium, das neunte Kapitel. Und versteht ihr, das wird helfen, wenn wir für Menschen beten. Markus 9 und wir steigen ein im Vers 20. Da heißt es, und sie brachten ihn zu ihm und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und wir haben hier also einen wirklich gewaltvollen Geist, einen gewalttätigen Geist und er fiel auf die Erde wälzte sich und schäumte und ich habe das auch schon erlebt. Ich erinnere mich an den Fall von einem Geschäftsmann. Er war ein wie sagt man er war so eine Art Geschäftsführer in der Restaurantbranche und ich habe einen Anruf wegen diesem Mann bekommen und so bin ich also hingegangen und dieser Mann wollte Selbstmord begehen und ich bin dann reingekommen bei dieser Situation und ich wusste das war ein Geist und so habe ich gesprochen und habe diesem dämonischen Geist befohlen dass er ausfährt und sofort hat die Kraft Gottes ihn getroffen und er fiel zu Boden aber in dem weiteren Verlauf hat er angefangen aus dem Mund zu schäumen und dann hat er schließlich Befreiung erlebt und heute ist dieser Mann immer noch frei er wurde befreit er wurde errettet zu 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 der damaligen Zeit war in einige Dinge verstrickt in die er besser nicht verstrickt hätte sein sollen er hat damit aufgehört seine Ehe war dabei zu zerfallen und er ist wieder zurück gekehrt und hat sich mit seiner Frau versöhnt und später ist er dann vorwärts gegangen im Dienst oder ist in den Dienst gegangen um mitzuhelfen in Mexiko er hat ein Geschäft gestartet um einen Dienst in Mexiko mit zu unterstützen das war ein gewaltiges Zeugnis Ich kann euch sagen wenn ein Geist da ist dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen dann ist da ein Unterschied zu dem Fall wenn man für eine Person einfach nur normal betet jedes Mal wenn wirklich ein echter Befreiungsdienst nötig war wusste ich im Inneren bereits dass es sich um einen Geist handelt und dass es jetzt was anderes ist als nur für normale Heilung zu beten und dieser Geist versuchte sich oder würde sich versuchen zu manifestieren wisst ihr was der Heilige Geist ist auch ein Geist und der Heilige Geist kann es überhaupt nicht leiden wenn dämonische Geiste versuchen ihre Persönlichkeit zu manifestieren und jedes Mal wenn das also im Anflug ist dass dämonische Geister sich manifestieren wollen dann steigt im Inneren dieser heilige Zorn des Heiligen Geistes auf erinnert euch daran ihr habt den größten Geist den es gibt überhaupt in euch Halleluja Halleluja wir tun das in dem Namen oder unter der Autorität von Jesus Christus wir tun das in dem Namen und unter der Autorität von Jesus Christus Nun das Extrem hier ich hab das auch schon gesehen Leute kommen zusammen mit Eimern und jeder übergibt sich jeder hat irgendwelche teuflischen Geister in sich jeder muss sie ausspeien aber das ist wirklich ein völlig überzogenes Extrem Beispiel manchmal passiert das zwar aber es passiert nicht jedes Mal und bei Jesus war das auch nicht jedes Mal so und manchmal haben Leute ihren Glauben mehr darin gesetzt dass irgendwie Leute sich übergeben sollten anstatt dass sie wirklich daran glaubten dass sie dem Geist befehlen können dass er ausfährt und gut ist und ich kann euch das auch aus eigener erfahrung erzählen denn am anfang als ich nach deutschland kam da habe ich eine Gruppe getroffen wo sie es gewohnt waren dass jedes mal wenn sie sich versammelten die Leute irgendwie einen dämon los werden mussten und das zum Ausdruck brachten dass sie in Eimer sich übergeben sollten aber das war völlig verrückt das was war das Ende nochmal und das war eine völlig falsche Anschauung das ist nicht die Wahrheit dass jedes mal ein Mensch sich übergeben muss um einen dämon loszuwerden und es ist keine gewöhnliche richtige Praxis sondern manchmal kann das passieren wenn jemand sich übergibt wenn er einen dämon los geworden ist aber man kann es nicht zur Gewohnheit machen und du wirst wissen wenn ein dämonischer Geist rausgefahren ist weil die ganze Atmosphäre sich dann verändern wird du kannst sein Vertrauen nicht darauf setzen wenn sich jemand übergeben hat dass ein Dämon ausgefahren ist und so ist er also auf die Erde gefallen und wälzte sich und schäumte und vielleicht war das ein epileptischer Anfall oder so ich weiß es nicht und er fragte seinen Vater wie lange geht es ihm schon so er sprach von Kindheit an und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen also dieser Geist hat versucht dieses Kind tatsächlich umzubringen doch wenn du etwas kannst so erbarm dich über uns und hilf uns Jesus aber sprach zu ihm wenn du glauben kannst alles ist möglich dem der glaubt und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach ich glaube Herr hilf mir loszukommen von meinem Unglauben da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah befahl er dem unreinen Geist da ist die Tür Etwas ist hier offensichtlich in der Kindheit passiert höchstwahrscheinlich mit den Eltern versteht offensichtlich waren sie in irgendwas verstrickt oder an irgendwas beteiligt was die Tür für dieses Kind geöffnet hat dass dieser Geist kommen konnte denn wenn man herausfindet was dieses verwendete Wort hier für unrein wirklich bedeutet es bedeutet unreine wirklich verdorbene Umgebung versteht ihr und da war es auch mal so dass wir tatsächlich aus einem Kind einen epileptischen Geist austrieben und dann erst später danach haben wir heraus gefunden wo die Eltern drin verstrickt waren und das war definitiv nicht gut also dieser Vater der rief wirklich um Hilfe und er hat Buße getan und er sagte ich glaube hilf mir ich glaube doch nun er kam jetzt zur richtigen Quelle und das war Jesus und Jesus sagte du sprachloser und tauber Geist also wir haben hier unrein oder verdorben und ja böse und dann heißt obendrauf noch sprachlos und taub und das bedeutet dass dieses Kind nicht sprechen konnte und dieses Kind konnte nicht hören versteht ihr und dieses Kind hatte auch mit einer Art Selbstmord zu tun ein Typ auch noch von Epilepsie all das zusammen in einem Paket aber preis sei Gott Jesus hatte Autorität über den Teufel und hat dieses Kind befreit aber bemerkt hier er hat dieses Kind befreien können weil der Vater Buße tat der Vater hatte eine Rolle zu spielen bei dem ja bei dem unglücklichen Zustand eben und der Geist schrie auf Vers 25 nochmal zurück Jesus sagte das fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein da schrie der Geist auf und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot plötzlich stoppte alles versteht ihr und die Leute dachten sich dann schon ist er jetzt tot als Martin und ich in Uganda waren haben sie dort einen Jungen auf die Bühne geworfen und wir haben dieses Kind befreit und dann ist dieses Kind einfach nur noch dort gelegen Dank sei Gott für Freiheit Dank sei Gott für Sieg und Befreiung Halleluja aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf und dann fragten die Jünger ihn warum haben wir ihn nicht austreiben können und dann redet Jesus hier über Gebet und fassen denn als die Leute dieses Kind in Manifestation der dämonischen Geister sahen da waren sie voll in ihren Sinnes Erkenntnis Bereichen drin fest sie waren nicht bereit sie konnten damit nicht umgehen Jesus hatte ihnen Autorität gegeben Aber sie konnten diese Geister nicht austreiben weil sie bewegt waren von dem was sie mit ihren Sinnen wahrnahmen wenn sie aber vorher in Gebet und Fasten gewesen wären wäre die Situation eine andere gewesen für sie jetzt in dem Fall versteht ihr ok lasst uns mal ins Markus Evangelium Kapitel 1 gehen lernt ihr heute was können wir euch helfen Markus Kapitel 1 und lasst uns Vers 23 lesen da heißt und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist was für ein Geist ein unreiner Geist der schrie manchmal schreien sie wirklich auf versteht ihr sie versuchen sich zu manifest lasst uns alleine lasst ab was haben wir mit dir zu tun Jesus du Nazarener schreien versteht als Jesus in der Szene erschien auf sie zukam wussten diese Dämonen dass Jesus da war wer er war und dass sie gegen ihn überhaupt nichts ausrichten konnten denn Jesus hatte keine Angst und auch so sollten wir drauf sein halleluja 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 lass ab bist du gekommen um uns zu verderben ich weiß wer du bist der heilige Gottes aber bemerkt jetzt hier was Jesus tat er widerstand ihm befahl ihm verstumme 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 er hat dem dämonischen geist befohlen sei leis und sag kein einziges wort mehr als sie versuchten zu manifestieren verschwende nicht deine Zeit indem du erlaubst dass diese Geister sich manifestieren tu alles dass diese Situation zur Ruhe kommt versteht ihr als ich Manifestationen erlebte da befehle ich sei leis jetzt sofort und man kann das auch zum Beispiel in einem Video sehen von Tansania letztes Jahr wo eine junge Frau war und ich rief ihr zu sei leis jetzt sofort sei still in Jesu Namen ich befehle dir fahre aus und man kann wirklich zuschauen wie sie frei wird innerhalb von nur 2-3 Minuten war sie komplett frei also was mich angeht ich lasse es nicht zu dass dämonische Geister eine Show abziehen 10 Minuten lang zum Beispiel oder so und dass alle Leute ein Spektakel draus machen und zuschauen wollen warum denn warum warum sollten wir es denn erlauben warum sollten wir es zulassen dass all dieses üble Zeug sich manifestiert für die Sinnes Erkenntnis Bereiche so Jesus befall Jesus also und sprach zu ihm verstumme und fahre aus von ihm da zehrte ihn der unreine Geist hin und her schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus Gott Geist hier wurde auch ein unreiner Geist genannt Geht mal ins Lukas Evangelium Kapitel 9 Vers 42 Lukas Evangelium Kapitel 9 Vers 42 und noch während er auf ihn zukam warf der Dämon ihn nieder und zerrte ihn aber Jesus befahl ihm was hat er gemacht er hat ihm widerstanden er befahl dem unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder Geht mal in den Römerbrief Kapitel 1 Vers 24 Darum hat sie Gott auch dahin gegeben Römerbrief Kapitel 1 Vers 24 zur Unreinheit Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit genau hier dasselbe griechische Wort dasselbe die selbe Wurzel das selbe Wort mit der gleichen Wurzel Was ist die Unreinheit Was ist die Unreinheit In die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander enterden Geht runter Vers 26 Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben Also was ist das Hier haben wir Homosexualität und ja die Lesben Ein unreiner Geist Versteht ihr? Kein Kind wird homosexuell geboren Keine Frau ist als Lesbe geboren Sondern etwas ist passiert in ihrer Seele Irgendwo ist eine Lüge reingekommen Versteht ihr? Halleluja Halleluja Und da könnt ihr euch noch Bibelstellen aufschreiben nämlich Lukas Kapitel 4 Vers 33 und Lukas 6 Vers 18 Wo 33 da kann man in beiden Fällen auch wieder dieses Wort des unreinen Geistes finden Lukas Evangelium Kapitel 13 Vers 11 Und es gibt einfach die Fälle wo Leute zum Beispiel eine Rückenheilung brauchen Wir haben schon viele Leute gehabt die geheilt wurden in ihren Rücken Aber schaut jetzt wie es hier in diesem Fall ist Lukas Kapitel 13 Vers 11 Und da heißt es und siehe da war eine Frau die hatte einen Geist der Krankheit oder besser gesagt der Schwäche und zwar 18 Jahre lang und sie war verkrümmt Also 18 Jahre lang ist sie nach vorne gekrümmt umhergelaufen Und warum ist sie dann so gebeut und gekrümmt gelaufen? Weil sie einen dämonischen Geist hatte der dieses Symptom in ihrem Körper verursachte Und sie konnte sich nicht selbst aufrichten Als nun Jesus sie sah rief er sie zu sich und sprach zu ihr Frau, du bist erlöst Erinnert euch, wie Jesus sagte Was auch immer wir auf Erden binden wird im Himmel gebunden sein und was wir auf Erden lösen wird im Himmel gelöst sein Und in diesem Fall hat er auch noch die Hände ihr aufgelegt Und sofort wurde sie wieder gerade gemacht Und sie pries Gott Oh, Halleluja Das ist wirklich so passiert Amen Also hier ist ein Geist der Schwäche erwähnt Und in diesem Fall hat dieser Geist der Schwäche es verursacht dass der Rücken dieser Frau nach vorne gekrümmt wurde Und was interessant hierbei ist dass Lukas der Arzt das hier aufgeschrieben hat Und das bedeutet dass ein Arzt auch glaubte dass ein dämonischer Geist dahinter steckte wenn ein Rücken derart verkrümmt war Geht mal in den ersten Timotheusbrief und zwar Kapitel 4 Lernt ihr heute Abend was? 1 Timotheus Kapitel 4 Da heißt es im Vers 1 Der Geist aber sagt Und wer ist jetzt das in diesem Fall? Nun in dem Fall ist es der Heilige Geist Amen Er ist der größte gewaltigste Geist überhaupt Der Geist aber sagt ausdrücklich dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen Warum? Und sich irreführenden Geistern hingeben Es sind also dort draußen Geister am wirken die versuchen vor allem Christen falsche Lehren zu bringen und sie vollzustopfen mit antigöttlichen Lehren und dass sie weggezerrt werden von ihrem Glauben an Gott und an den Glauben Gottes Nun zum Beispiel wir brauchen die Bibel nicht mehr Wir sind eine ganz neue Generation mit neuer Offenbarung Schließlich und endlich Wie kann denn ein Buch das 2000 Jahre früher geschrieben wurde heute noch aktuell Relevanz für uns haben? Wenn sowas auftaucht dann pass lieber auf Denn da sind dämonische Geister Die versuchen auch Christen in falsche Lehre reinzuziehen Oder zum Beispiel diese falsche Lehre dass man keinen Pastor mehr braucht Dass man auch keine Gemeinde mehr braucht Ich habe erst die Tage etwas gesehen da wurde da wurde ein paar ein christliches paar genannt Und sie sind Und sie sind aber Leute die in Swingerclubs gehen Und sie gebrauchen auch ihre Aktivitäten in diesen Swingerclub kreisen um zu evangelisieren Ich mache keinen Spaß Ich übertreibe nicht Und da ist ein Video wo der Mann und die Frau zusammen da sitzen und auch aus der Bibel lesen Und es wird dargestellt dass der Mann eine andere Frau zu sich einlädt oder auch der Mann eine andere Frau und die Frau einen anderen Mann Und sie haben gesagt nachdem sie dann zusammen ins Bett gehen dass sie hinterher dann das gebrauchen um zu evangelisieren Oder auch ein anderes Beispiel eine Gemeinde in Amerika wo gesagt wird wenn man zur Gemeinde kommt dann zieht man die Klamotten aus Der dicke, nackte Pastor hinterm Pult Denn schließlich und endlich sind wir ja auch nackt auf die Welt gekommen und wir sollten uns für unsere Körper nicht schämen Der Leiter der großen Organisation stellt sich hin und erklärt er sei der Christus Es gibt tatsächlich heute auch eine ganze Gemeinde die die bekannte Beyoncé anbetet Man schaut sich einen Film an und sieht wie wirklich mit professioneller Musik wirklich Hollywood Leute bekannte Leute angebetet werden A Beyoncé Bibel Auch eine Beyoncé Bibel Wow Durch Heuchelei und Lügenreden Sie sagen den Leuten dass sie Lügen glauben sollen und dass sie nicht in sich glauben Was bedeutet das? Was bedeutet das? Dass sie Lügen reden und sie das nicht mal selber glauben und dabei geht es eigentlich nur darum dass sie die Kontrolle erlangen Und man wundert sich und fragt wie können die Leute das überhaupt tun und hier heißt dass sie in ihrem eigenen Gewissen gebrannt macht sind Wie kann man ernsthaft an Evangelisation durch Swinger-Club-Aktivitäten glauben? Irgendwo hast du offensichtlich dein eigenes Gewissen gebranntmarkt Wenn du wirklich ein Glaubender bist und von neuem geboren bist und du bist in ein derartiges Denken reingeraten und verstrickt dann hast du dein Gewissen gebranntmarkt Denn die Natur Gottes in dir wird dich in die Heiligkeit hineinführen Und jedes Mal wenn du gegen Heiliges gehst und Unheiligen nachfolgst dann ist im Inneren eine Stimme die dich davor warnt und die dir anzeigt dass das nicht richtig ist Wenn du dich aber drüber wegsetzt und fortwährend dich dagegen auflehnst dann wirst du auf Dauer irgendwann dein eigenes Gewissen brandmarken und lahmlegen Versteht ihr? Das ist äußerst gefährlich dass eine Gemeinde zum Beispiel auch nicht mehr die Bibel öffnet Und es war so wie bei dem Zeugnis das von Adi oder Wendy gekommen ist sie gingen zu einer Gemeinde in der Stadt drei Monate lang und dort waren PowerPoint-Präsentationen und all diese Dinge aber eines Tages hat die Tochter Lungi zu Mama und Papa aufgeblickt Und wisst ihr die Eltern waren eigentlich frustriert weil sie nach einem Ort Ausschau hielten wo sie wirklich Gottes Wort bekamen und dort wohl genährt werden würden Und eines Tages war es also so dass Lungi zu ihnen sagte Mama, Papa wisst ihr oder denkt ihr nicht auch dass wenn wir zur Gemeinde gehen dass sie dann dort auch die Bibel öffnen sollten Das ist gefährlich Denn das Wichtigste überhaupt was in einer Gemeinde passieren sollte ist dass dort die Bibel geöffnet wird weil sie Gottes Wort ist Und dann kann man ins Wort Gottes gehen Und dann kann man auch sagen warum man etwas glaubt was es ist was man glaubt weil auch Jesus es so gemacht hat er hat gesagt es steht geschrieben Und sie verbieten zu heiraten Und das ist ja die Tendenz die weltweit jetzt sich ausbreitet wo es heißt warum denn noch heiraten lass uns doch einfach so zusammenleben Oder die Organisationen oder Organisationen die dem Leiter sagen wenn du wirklich heilig sein willst dann darfst du nicht heiraten und sie verbieten Speisen zu heiraten äh Speisen zu genießen Sorry Also in der deutschen Bibelübersetzung ist es ist eine falsche Übersetzung denn hier ist es nicht nur Speisen sondern es ist ganz bestimmter Ausdruck im griechischen und englischen es heißt hier verschiedene Fleischsorten Man muss wirklich aufpassen bei einigen dieser Vegetarierbewegungen Denn das ist wirklich zu einer Art Religion geworden Und das wird heutzutage auch vor allem in unsere jungen Leute hineingepumpt Jesus aß selbst Fisch Sie haben Lamm gegessen Sie haben Rindfleisch gegessen Sie haben Hühner gegessen Was auch immer Schwein war damals noch ganz andere Sache und es hatte auch mit hygienischen Gründen zu tun Später aber in der Apostelgeschichte war das dann in Ordnung und Paulus hat die Thematik konfrontiert Nun wieder alles kann ins Extrem abdriften versteht ihr alles kann ins Extrem abdriften Meine Frau und ich sind gestern dort gesessen wo ein Arzt gesagt hat wo ein Arzt das hier gesagt hat dass es heutzutage immer mehr vor allem junge Leute gibt die körperlich Probleme kriegen und Mangelerscheinungen haben weil sie in Vegetarier Diäten und vegane Lebensweisen reingehen zur selben Zeit gibt es aber auch das komplett andere Extrem dass Leute vor allem nur Fleisch zu sich nehmen und nichts mehr anderes wollen der Punkt ist aber man muss wirklich Balance finden und den Mittelweg rausfinden finde wirklich ein Gleichgewicht ja aber sie töten ja die Tiere achso aber auch wenn du zum Beispiel einen Fisch essen willst musst du ihn ja vorher töten wisst ihr als Petrus zum Beispiel dieses Wunder mit den ganzen Fischmengen da erlebt hat dann hat Jesus ihn garantiert nicht befohlen jetzt darfst du die Fische aber nicht essen sag mal jemand hier was aber ihr müsst hierbei verstehen dass Dämonen hinter solchen falschen Lehren stecken um wirklich Verwirrung zu stiften um wirklich Leute in Gebundenheit reinzubringen ich werde mich nicht in Burger King reinsetzen und Verdammnisgefühle aufkommen lassen weil ich einen Burger esse und ich entschuldige mich auch nicht dafür dass ich an meinen Füßen eine Kuh rum trage Tatsächlich ist es sogar viel gesünder an den Füßen Leder rum zu tragen als Plastik ich habe den Fall gehabt dass eine Dame in den Laden reinkam sind das hier Ledertaschen ich sagte ja oh ich bin aber vegan und ich habe so runter geschaut und ich sagte zu ihr sind das da Lederschuhe die sie tragen ja und ich sagte ihr wie kommt dass du Leder an deinen Füßen rum trägst ich sage euch noch was ich mag Ledersitze im Auto viel lieber als andere Arten von Sitzen ich habe auch eine Kuh die in meinem Wohnzimmer sitzt wir haben eine Leder Couch und hört mal zu wenn ihr ein Auto fahrt wo kommt denn der Sprit dafür her Mineralöl kommt von toten Tieren Versteht ihr was ich sage das ist doch Heuchelei was hinter diesem Zeug steckt ich sag's euch es ist garantiert dass du nicht hundertprozentig vegan durch dieses Leben kommst weil du irgendwo auf irgendeine Weise immer den Gebrauch machst wo tote Tiere dahinter stecken sagt mal alle ich liebe den Prediger Und ich verstehe natürlich auch die Thematik über die Misshandlung von Tieren und die Wichtigkeit von biologischen Sachen und die ganze Thematik der Chemikalien und so weiter und das ist nebenbei bemerkt auch der Grund dafür warum wir unter anderem auch beten wenn wir essen und ich denke dass es natürlich gut und richtig ist wenn wir uns bemühen das beste Essen was zu haben ist dass wir es bekommen gesund und biologisch und so weiter aber ich garantiere es euch ihr werdet niemals immer und überall hundertprozentig bio essen können und ich sage es euch ganz klar lasst die ganze Thematik nicht in eine Religion verdrehen denn da stecken dämonische Geister dahinter wenn das gemacht wird sagt mal jemand was hier dazu und die Bibel sagt hier die doch Gott geschaffen hat damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen die gläubig sind und die Wahrheit erkennen und ich danke Gott und ich kenne die Wahrheit und ich bleibe auf der Wahrheit stehen also wenn ich mein Steak zum Beispiel esse oder wenn ich Forelle esse oder Wels oder was auch immer dann kann ich das essen mit reinem Gewissen und ich kann wahrhaftig sagen Vater ich danke dir dass ich sage danke dass diese Kuh ihr Leben für mich gegeben hat dass ich sie essen kann danke dafür versteht ihr einige dieser Länder wo das Volk glaubt dass es zum Beispiel so ist dass Onkel Charlie in einer Kuh steckt da ist die Bevölkerung am verhungern da sterben Menschen an Hunger in solchen Nationen da verhungern die Leute während um sie rum das Essen durch die Gegend läuft und die Leute verhungern weil sie denken dass Onkel Charlie drin stecken könnte das ist doch dämonisch häuflich da stecken dämonische Geister dahinter da stecken auch dämonische Geister dahinter wenn Familieneinheit zerbrochen wird Gott hat es so gemacht dass Mann und Frau zusammen kommen um zusammen Kinder groß zu ziehen Adam Adam und Eva und nicht Adam und Stefan und Vers 5 noch denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet Halleluja somebody shout in